Ja, die Blümchen sind angekommen, das heißt der Samen. Ich danke dir heute wirklich sehr für all die Blümchen, die kamen zu mir her. Es wird die Bänchen wunderbar gut laben und manche Freude werde ich damit doch selbst haben. Denn alles, was das Wetter kaputt gemacht hat, das hat die Claudie heute angelacht. Durch einen Brief mit vielen Sämereien, die hier bald werden wieder schön gedein. Du sandest ihn ganz gespannt zu mir, die Blümchenvielfalt wird es toll erhöhen hier. Drum hab ich mir gerade ausgedacht, dass dir das Liedchen jetzt doch gleich Freude macht. Geteilte Freude ist doch doppelt schön, dann können alle froh wieder ins Gärtlein gehen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank ist heute angekommen und ich freue mich und ja, und diese Freude, die wollte ich einfach rüberbringen und hoffe, dass du ein bisschen lachen kannst, denn Lachen ist doch das Schönste, was wir teilen können. Ja, Lachen und die Blumen, die Natur. Alles Liebe und ganz lieben Dank, sagt die Claudia Weitgoldmann aus Nordhessen. Ciao, danke, danke, danke.